Mein Name ist Gudrun Landl und als schützenswert finde ich, dass alle Menschen einer Stadt ihre Anerkennung finden sollten und ihren Platz finden sollten. Zu erkämpfen finde ich, dass leistbarer Wohnraum für alle wichtig ist und dafür sollte man sich einsetzen. Wenn ich an Gated Communities denke, finde ich, dass diese abgeschafft werden sollten, denn so einer, ob sichtbar oder unsichtbar, helfen niemandem.